hallo und willkommen zurück zu einer kleinen folge der minecraft stadt im sägewerk ja da ich jetzt eigentlich so gut wie fertig bin sagen wir es mal so wollte ich jetzt ganz kleine tour hier durchgeben und ja die sägeanimation habe ich oben jetzt auch fertig also komplett fertig die werde ich euch dann auch noch zeigen ja und ich geh jetzt extra mit schädet durch dann hat mir so ein bisschen schöner atmosphäre das war das ding man merkt das server deck gerade etwas ja ja genau also wer kennt ist hier schon die schöne baumfeld animation hier habe ich ja auch schon im update video gezeigt hier ist es natürlich dass man jetzt das holz mitnehmen würde wenn man es abgebaut hat genau stapelt das dann hier drauf macht es fest drückt den knopf das fährt hoch dann geben wir ganz schnell hier unseren aufzug und da ist es wunderbar würden wir eine ab machen mitnehmen dann krollen und dann hier drauf packen und wie ihr seht habe ich die maschine ein bisschen sagen wir mal verschönert ja wir haben dann hier natürlich diese ganze animation hier abläuft und noch mal ein neues feature werdet ihr mal kurz sehen wir sagen animation start genau das holz wird dann da zersägt also komplett zersägt bevor das war dann natürlich der neue holzstamm den man da eigentlich hinlegen würde und das holz landet dann hier in der kiste da wird er aufgesammelt wird hier in die kiste gepackt ja hier habe ich mir einfach ein kleines wohnliches zimmer eingerichtet mit kühlschrank natürlich da kann man die sachen von red market reinpacken die man gekauft hat jetzt einmal kleine papagei großer fernseher oder natürlich einen schön bergblick hier kann man von außen gucken welche sogar gar nicht so auffällig also geht sogar und jetzt dann habt ihr schlafzimmer ja wie schon gesagt ist dieses projekt eher klein geworden ihr seht meine mehr kann ich jetzt nicht machen ich habe jetzt animation wie baumumfeld wie der kran funktioniert und wie das holz der schnee zersägt wird ihr könnt natürlich wenn ihr noch ideen für das sägewerk habt könnt ihr sie gerne in die kommentare schreiben da werde ich sie bestimmt mit aufnehmen aber mir selber fehlen jetzt gerade die ideen die hier noch mit eingebracht werden könnten ja und damit dieses video nicht so kurz ist habe ich noch ein kleines special für euch und zwar eine kamerafahrt durch die komplette minecraft stadt die momentan steht und die wird dabei leider ohne schäler sein deswegen nicht wundern warum plötzlich andere anders aussehen ist wir machen schon mal tag dafür dass es gleich sehen könnt ja schaut ihr das noch mal an halleluja das sägewerk ach ja wir haben jetzt nur den wet market gebaut dazu wird closing und das sägewerk so finde ich schon ordentlich und natürlich die u-bahn dürft ihr nicht vergessen aber naja dann würde ich sagen hier eine schöne kleine kamerafahrt und ja viel spaß damit bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020